Und bis zum Wochenende auch ein Flash. Ist cool da. Ja, der Flash war aber nicht so gut. Na, wieder bei den Nachbarn eingeladen? Man muss das Verhältnis zu seinen Nachbarn pflegen. Klar. Hallo. Hallo. Ach, hallo. Hallo. Wie geht's? Gut. Super. Hallo. Hallo. Ich bin wieder da. Ich dachte, die wäre eingeladen. Nee, das macht sie nur, damit die Nachbarn denken, dass sie eingeladen sind. Aufgefahren. Möchte jemand Kartoffelsalat? Nee. Ja, ja. Super lecker. Nee. Nein. Nein.